Zurück bei Let's Play Muramasa, The Demon Blade mit Brini. Wir haben das Schwert Hasebe Kunishige erhalten und uns zwei weitere geschnitten, äh geschmieden, geschmiedet, geschmiedet, das ist das richtige Wort. Und mit dem können wir jetzt unser Tor durchbrechen da hinten. So, Zieler, wenn wir nicht wissen, wo wir hin müssen, drücken wir Z. Dann sehen wir hier, toll, die Karte. Und zur Flagge müssen wir hinlaufen. Und da kommen wir, jetzt können wir unsere neuen Dämonenschwerter testen hier. Und mal die Fähigkeiten ausfüllen, das ist die Windmühle, uah, das fetzt rein. Und mal gucken, was die anderen Schwerter drauf haben. Wir haben noch das hier, aber ich glaube, die werden wir erstmal nicht sehen, nein. Die haben wir zu sehr verhauen, dann müssen wir das Schwert beim nächsten Encounter testen. Hier zum Beispiel. So, das ist kein Doppelblitz. Okay, das macht halt ein bisschen Blitz-mäßig was. Das war jetzt nicht so spektakulär, wie das von dem anderen Dämonenschwert. Zack, und dann haben wir die Musik. Man muss echt aufpassen, man blockt, äh, es ist sehr leicht zu blocken, wenn man ja einfach nur angreifen muss, um zu blocken. Aber dann geht sehr schnell die Energie des Schwertes runter. Das muss man ein bisschen im Auge behalten, sonst hat man schnell einen Haufen Schrott in der Hand. Als nächstes testen wir die, hier waren wir schon mal drin, testen wir unser neues Langschwert. Aber dann muss ich natürlich warten, bis wieder Gegner aufkreuzen. Es blinkt oben auch schon lustig, das heißt, wir können wieder diesen Seelenschnitt nutzen, indem wir die Schwerter wechseln. Alehopp, das Sprungverhalten ist nach wie vor ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber, äh, machbar. So, hüpf, 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 soje. Nächstes Gebiet und weiter, weiter, weiter geht die Reise. Zack, da kommen Gegner, das ist gut. Wechseln wir mal auf unser neues Langschwert. Wow. Und Säge heißt die neue Technik. Wow, da drehen wir uns im Kreis und wir können uns steuern in der Zeit, das heißt, wir können hier fröhlich durchschnetzeln. Heilpille haben wir halt mal wieder. Und ich kann keine weiteren Gegenstände tragen. Das finde ich nicht gut. Schauen wir mal einfach in die Tasche hinein. Objekte. Ah, wahrscheinlich können wir maximal neun Heilpillen tragen. Ich würde sagen, dann nehmen wir einfach mal eine. Aus dem Grund, die gibt uns ja auch, oh, kann ich nicht, weil ich volles Leben habe. Hätte ich jetzt gerne gemacht, damit ich ein bisschen Geist bekomme, weil das kriegt man ja durchs Essen und Verzehr von Eitel. Und das kriegt man ja eben diese, diesen Geist, den man braucht, um aufzuleveln. Oh, oh, ich kriege einfach diesen, diesen Move nicht hin. Jetzt. Jetzt haben wir seine, sein Schwert gebrochen. Und das seines Kumpels folgt auch so gleich. Ei, ei, ei. Ah, zack. Ei, der hat noch sein Schwert, aber wir sind natürlich auch nicht von schlechten Eltern und schlagen ihn zusammen. Dann nehme ich gleich mal ne Heilpille, hab eh aufs Maul bekommen. Nix gibt's. Wechseln wir mal lieber das Schwert, damit sich das Langschwert regenerieren kann. So, und dann Seelen einsammeln damit, damit auch wunderbar wieder es nach oben geht. Aufsteigen tun wir auch bald. Wir sind schon wieder drei Viertel voll auf Level 3. Da waren wir auch drin, waren wir bald drin schon. Beachtet auch echt den wunderschönen Hintergrund. Und Special Move. Der geht echt ab. Die Klinge ist super geil, die gefällt mir tierisch gut. Und wechseln, dass ich die Regen erinnern kann. Mehr Power für unsere Klingen, mehr Seelen und so. Bonk. Bonk. Durch den Wald, es ist dunkel. Von oben herunter springen. Ja, man kann herunterspringen, wenn man doppelt in die nach unten Richtung tippt. Wenn man auf einem Ass steht oder auf einem Objekt, durch das man hindurch fallen kann. Und zack, unser nächstes Klingending. Ich hab hier den Typ jongliert, indem ich diesen Uppercut gemacht habe, nachdem er in der Luft war. Das heißt, man kann hier wirklich schöne Kombos machen, wenn man ein bisschen den Überblick behält. Was am Anfang nicht so einfach ist, aber wenn es jetzt mal klappt, ist es immer tierisch befriedigend. So, wir haben wieder das Maximum und Heilpillen. Darum nehme ich das wieder. Wir wollen da hinten hin, wo es rot leuchtet, denn dort konnten wir nicht hindurch. Aber jetzt haben wir die nötige Dämonenklinge, um das zu durchbrechen. Und die Barriere ist zerstört, wir kommen weiter. Auf dem Weg nach Edo. Und wir sind jetzt hier in Sagami. Laufen schnell nach Edo in der Provinz Musashi, um Momohimes Seele, die von Rankai gestorben wurde, zurückzuholen. Denn wir wissen ja jetzt, wenn Momohimes Seele etwas zustößt, dann geht es auch der bösen Seele. Das ist ein Name, ich immer vergesse. Sorry. Nicht so gut. Darum möchte er das logischerweise verhindern. Ich möchte Seelen sammeln, denn wir brauchen wieder zum Aufsteigen oder zum Schmieden von neuen Schwertern. Und ja, denn bald heißt es Level 4 und dann habe ich wieder mehr Vitalität und Stärke. Und kann vielleicht mir ein neues Schwert schmieden lassen von Muramasa. Hier gibt es ein Secret. Nur wo? Erstmal kommt es Feinde. Wow, es ist ein riesengroßer Blob. Und er greift mich von oben an. Ich wechsle mir das Schwert, dass wir hier den Seelschnitt haben. Doppelblitz und besiegt. Levelaufstieg. Perfekt. Gut, dann lass uns mal in die Schmiede schauen. Ich kann jetzt die Karte verwenden. So. So, wir waren bereits hier in Musashi, meine ich, oder? Nein, wir waren hier in Sagami. Hier waren wir drin gerade eben, aber ich meine, wir waren noch hier. Nein, wir waren nur in dem blau markierten. Okay, dann verstehe ich es noch nicht ganz. Schmiede. Wir haben jetzt 5 und 6. Dafür haben wir aber nicht genug Geist und nicht genug Vitalität. Das heißt, wir müssen mehr Zeug essen, um da voranzukommen. Na, 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 na. Du brauchst auch noch ein bisschen mehr Power. Also gut, dann schauen wir mal, dass wir bald was Größeres zu essen finden. Man lernt später auch kochen. Vielleicht habt ihr es schon in dem, ähm, tollen Menü gesehen, dass da auch ein Menüpunkt kochen ist. Und ich muss jetzt hier versuchen, präzise hochzuspringen, weil ich ja immer noch ein Secret habe, das nicht gefunden ist hier. Springen mit dem Stick ist wirklich nicht einfach. Ach, na, ah ja, da haben wir das Secret. Und es ist eine Erholungspille. Die ist wahrscheinlich besser als die Heilpille, aber man macht vermutlich das gleiche. Und gibt vermutlich auch sehr wenig Geist, die ja gerade mal sehen. Nur Nahrung gibt richtig viel Geist. So kleine Heil-Items, die geben nicht so viel Das heißt, ich warte mal, bis ich mehr Schaden genommen habe mit dem Heilen Und nehme dafür dann sowas, das auch ein bisschen Power gibt, also ein bisschen Geist So, jetzt haben wir hier irgendwelche Kobolde Und den jonglieren wir Und dann würde ich sagen, machen wir hier mal den Switch Und machen einfach mal weiter Das war, oh, da ist noch einer, darum geht sie nicht in den Resultate-Bildschirm Das war der Kampf Gewonnen, wegstecken und weiter Ihr seht schon, es geht Schlag auf Schlag in dem Spiel hier Oh, da geht es rüber Aber wir müssen ja Rufen wir mal kurz die Karte auf Wir müssen nach Musashi, meine ich Nicht nach Isu, sondern nach Musashi Aber ich möchte erst das Secret hier haben, bevor ich weitergehe Wir müssen nach Edo in Musashi Oh, jetzt sind glaube ich stärker Ninjas als die bisherigen Die sehen anders aus Ich kann wechseln, das mache ich auch Hoch mit euch und dann in die Luft jonglieren Und rüber und runter Ihr seht schon, wenn man so ein bisschen reinfuchst, dann geht Das mit den Kombos echt ganz flott Und es ist sehr befriedigend Auch dann sowas auf dem Bildschirm zu zaubern Und das sieht ja auch wirklich cool aus Yeah, da gibt es das Secret Ich hoffe mal, es ist irgendwas brauchbares, cooles Es ist ein Feuerzauber Was auch immer Das ist auch eine Erholung Ein Zauber, der dich vor Verbrennung schützt Okay, alles klar Und wir wollen jetzt nach rechts Wir wollen nämlich nicht nach Isu Sondern Richtung Edo Seelen zum Aufsteigen Und irgendwo gibt es noch ein tolles Secret Und noch mehr Seelen Seelen, Seelen Für die Schmiede Nom, 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 Seelen Da oben, da ist das, was wir haben wollen Rauchbombe Aber das ist doch bestimmt kein Heil-Item, oder? Nein, das ist das hier Rauchbombe Kleine Bombe, die einen Rauchschleier verbreitet Lässt dich bei Nicht-Boss-Kämpfen entkommen Okay Okay, das sind die Items, die ich auf diesen Schnelldingern habe Reisbällchen bringen mir gerade nichts Wenn ich nur die Rauchbombe drin haben Ist also ähnlich wie Eternal Swanta hier Dass man sich Irgendwelche Dinge auswählen muss Was gibt's denn hier? Ah, eine Barriere Ich brauche eine mächtigere Dämonenklinge Eine, die lila Schlösser zerstören kann Dann komme ich da weiter Und hier wieder viele Seelen Die wir zum Aufleveln benutzen können Aber Wir wissen ja Uns fehlt noch so ein bisschen an Geist Also brauchen wir Essen Und ich möchte einfach nicht den Die, wie heißen die Teile? Die Bambusflaschen aufbrauchen Nur um Den Geist zu bekommen Weil momentan sind die Schwerter, die wir haben Relativ solide Also tun es die fürs Erste auch So Hier einmal durchschnetzeln Dann Den Special Move raushauen Wechseln Jonglieren Runter Und Oder so noch Ihr seht schon, man kann die ewig jonglieren, wenn man wollte Jede Menge Seelen für mich Und weiter geht's ins nächste Gebiet Hier gibt's ein Secret, Secret, Secret Die Frage ist nur, wo? Also ihr seht schon, die Secrets sind nicht wirklich Secrets Es sind halt Items, die hier irgendwo sind Da ist es Klonk Es ist eine weitere Rauchbombe Um aus einem Kampf zu entkommen Was wir gerade gar nicht wollen Da wir ja Oh mein Gott, das sind komische Waldwesen Und Uppercut Und dann links, rechts und runter Und dann der Doppelblitz Und wechseln Möglichst die Combo am Laufen halten Um möglichst viele Punkte zu bekommen Okay, 38 Combo Ich glaube, ich habe da keinen Einzimal abgesetzt Und da ist Der Fuchs-Dämon Auch dessen Namen habe ich wieder vergessen Es tut mir sehr leid, dass ich den Namen nicht merken kann Aber diese japanischen Namen Wollen mir gerade noch nicht so in den Kopf gehen Ko-Kon-Kon-Kon-Kon-Giku Also gut, dann ziehen wir mal los Das mal speichern wir Und ich glaube Da ist da vorne eine Ne Ich dachte, es kommt noch eine Boss-Tür Aber anscheinend nicht Hier gibt es einen Imbiss Das ist cool, weil da können wir Geist sammeln Aber erstmal labern wir mit diesen Halbnackten So, hier können wir essen Das bringt wirklich viel Wie ihr seht, weil Nicht nur Heilung Was uns nichts Nutzt gerade Aber es gibt jede Menge Geist Das heißt, das Essen ist mehr dafür gedacht Aufzuleveln Wir kaufen uns zum Beispiel hier mal Das Tempura-Udon Ich glaube, Tempura ist so Ach, steht da Großgarnelen Eben so frittiert Und Udon sind eben diese Weizen-Nudeln Glaube ich Oder? Ja, genau Und das nehmen wir uns mal Weil hier 2000 Geist-Punkte Sind ja kein Scheiß Hm, yum, yum, yum Da haben wir auch das Tempura schon Und schon haben wir es geomnomnomt Und sind gesättigt Und ja, ich würde sagen Das reicht uns das erste an An Geist Dann können wir gerade mal In die Schmiede gucken Gucken, ob wir uns neue Schwerter machen können Ah, wir haben es ja massig oben Haha Da fehlt uns noch massig an Werten Genau wie hier Aber da Da fehlt es uns auch noch an Vitalität leider Bevor wir dann hier weitermachen können Das ist schade Das ist wirklich, wirklich, wirklich schade Aber Da müssen wir wohl das nächste Level abwarten Das ist aber auch bald erreicht So, Omachen Jo, ich würde sagen Dann machen wir hier einen Cut Und sehen uns gleich wieder Bis dann